Morgen! Ich war grad frühstücken, mach mich jetzt noch schnell zu Ende fertig. Schon geschminkt. Probe ich noch aufsetzen. Es ist kurz nach halb... äh... kurz nach halb zehn. Und wir fahren mit dem um zehner Zug wieder rein und ja... Ich werd wahrscheinlich wieder nicht ganz so viel zum Aufnehmen kommen. Ich bin grad bisher abgelenkt, aber... Ja, ich treffe dann ein Neuer am Bahnhof und dann fahren wir zusammen zur Deko und dann helfe ich mir noch ein bisschen mein Fertigmachen und Aua! Und ja, ich pack dann noch schnell zu Ende alles ein, Volleyball, Mikado, ähm... Jacke. Und dann war glaub ich noch was, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber ja, und man wird sich wohl dort sehen. Bis dann! Ich muss gut aussehen, aber ich kann das sehen. Willst du? Ja. Nein, das fand ich schon gut. Auch bei ihr bin ich halt... Ja, das ist nun auch schon in der Lebenszeit. Ja, so wie es uns vorher gemacht hat, mit so ein bisschen Schultern nach hinten, sodass es so komisch aussieht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020